Marines, guter Pass. Dann das Tor für Dimejau. Klasse gemacht von Marines, der sich praktisch selber den Doppelpass vorbereitet hat. Dann der Pass von seinem Verteidigerkollegen und dann hat er wenig Mühe. Das Ding, da haben wir es. Mauer auf dem Weg noch nach drüben, aber Marines hat das leere Tor.